St. Helena, S.N.T.E. Lina ist eine Insel vulkanischen Ursprungs im Südatlantik. Sie bildet mit der Insel Ascension und der Inselgruppe Tristan da Kanhe das britische Überseegebiet St. Helena, Ascension und Tristan da Kanhe. St. Helena steht auf der Vorschlagsliste zum Welterbe der UNESCO. Geografie, St. Helena ist 1859 km von Afrika und 3286 km von Südamerika entfernt. Sie ist die einzige Insel im bis zu 6000 Meter tiefen Angola-Becken, während die administrativ zugehörigen Inseln Ascension und Tristan da Kanhe auf dem mittelatlantischen Rücken liegen. Die Entfernung von Jamestown nach Georgetown auf Ascension beträgt 1297 km. Von Jamestown nach Edinburgh auf alle Seven Seas auf Tristan da Kanhe 2442 km. Neben den Orten, die namentlich den Distrikten entsprechen, gibt es noch zahlreiche weitere Orte wie Whitegate, Newground und Adebrias. Der größte Ort ist nicht die Hauptstadt Jamestown mit 880 Einwohnern, sondern ihr Vorort Halftrihollung mit 901 Einwohnern. Zusammen vereinigt diese Hauptstadtregion 38% der Inselbevölkerung auf sich. Siehe auch, Liste der Orte in Sankt. Entlang der Küste liegen zahlreiche kleine und kleinste Nebeninseln und Felsen, darunter Castle Rock, Sperry Island, The Needle, Lower Black Rock, Upper Black Rock, Bird Island, Black Rock, Thompson's Valley Island, Peaked Island, Egg Island, Ladies Chair, Lighter Rock, Long Ledge, Show Island, George Island, Rough Rock Island, Flat Rock, The Boys, Sandy Bay Island, The Chimney, White Bird Island und Freitas Rock. Alle innerhalb einer Distanz von einem Kilometer von der Küste. Die höchste Erhebung der 123,28 Quadratkilometer großen Insel ist der 823 Meter hohe Dianaspik, jedoch gibt es weitere Gipfel mit über 500 Meter Höhe. Es herrscht mildes ozeanisches Klima. Weite Teile der Insel waren ursprünglich mit Baumfahnen bedeckt. Und wegen der isolierten Lage der Insel sind viele Pflanzen- und Insektenarten endemisch. Die Flora von Sankt, Helena allein enthält 36 endemische Arten. Sie wurde als nur einen Schritt entfernt von einer Satellitenkolonie im Weltraum beschrieben. Die Zerstörung der natürlichen Vegetation erfolgte in mehreren Phasen. 1502 zu 1659, durch eingeführte Säugetiere, vor allem Ziegen. 1659 zu 1750, durch die europäischen Siedler, die Bau- und Feuerholz benötigten. 1750 zu 1850, Zerstörung der Wälder aus Komidendram Robustum in höheren Lagen der Insel. 1860 zu 1930, Zerstörung der Baumfahnenwälder und der Kohlbaumwälder in Höhenlagen über 600 Meter durch den Anbau von Formium Tenax. 1930 heute, Zerstörung der Fahnenwälder und der Kohlbaumwälder durch eingeschleppte Arten wie Bartleier und Fuchsien. Heute ist die Insel vorwiegend mit Gras und Büschen bedeckt. Es wird versucht, die geringen Reste der einheimischen Vegetation in den höheren Lagen der Insel zu schützen. 1996 wurde das Gebiet von Dianaspik zum Nationalpark erklärt. Einige der einheimischen Pflanzenarten sind ausgestorben, so etwa Akalifaro Brinevis, ein kleiner Baum, der im Zentralteil der Insel um Dianaspik vorkam. Klimatabelle Geschichte Sankt Helena war aufgrund ihrer Abgeschiedenheit und ihrer Steilküsten bis ins 16. Jahrhundert unbewohnt. Am 21. Mai 1502 landete der Portugiese Joa Udanova auf der Insel und benannte sie nach Helena, der Mutter Kaiser Konstantins. Da der Tag ihrer Entdeckung ihr Namenstag war, die Portugiesen importierten Früchte und bauten einige Häuser und eine Kapelle. Als sie weiter segelten, ließen sie ihre Kranken auf der Insel zurück, gründeten aber keine dauerhafte Siedlung. Die Portugiesen hielten die Existenz der Insel geheim, um ihre strategische Bedeutung zu sichern. Der erste längerfristige Bewohner der Insel war Fanao Lopes, der vom Gouverneur von Goa verbannt worden war, aber nicht nach Portugal zurückkehren wollte. Lopes starb 1530 auf Sankt Helena. Die ersten Engländer auf der Insel waren Thomas Cavendish und James Lancaster. Um 1600 gaben die Portugiesen Sankt Helena auf. Sofort danach wurde es von den Holländern besetzt. Offenbar war die Insel kein Geheimnis mehr. Die holländische Besetzung dauerte bis 1651. 1659 nahm die britische Ostindien-Kompanie die Insel in Besitz und errichtete das Fort sowie eine Garnison. 1673 besetzten die Holländer Sankt Helena erneut, wurden jedoch bald von den Engländern vertrieben. Die Kompanie, der die Insel offiziell gehörte, baute große Farmen auf, auf denen viele Schwarze und Chinesen arbeiteten. Der Reichtum Sankt Helenas vergrößerte sich, denn wegen der sicheren Lage wurden große Menge Goldes aufbewahrt und reiche Kaufleute residierten auf der Insel. Unter den Gouverneuren gab es auch Hugenotten wie Stefan Poirier, der vergeblich versuchte, Wein anzubauen. Der berühmte Astronom Edmund Halley besuchte die Insel in dieser Zeit. Nach ihm wurde Helles Mount benannt. 1815 wählte die britische Regierung Sankt Helena als Verbannung Sort Napoleons, der im Oktober 1815 deportiert wurde und bis zu seinem Tod am 5. Mai 1821 in Longwood House residierte. Während Napoleons Verbannung wurde die Insel vollständig von Großbritannien verwaltet und auch der Gouverneur Hudsonloh wurde von der Krone ernannt. Danach wurde Sankt Helena an die britische Ostindien-Kompanie zurückgegeben. Am 22. April 1834 ging Sankt Helena in den Besitz der britischen Krone über. 1858 wurde der Verbannungswohnsitz Napoleons auf Veranlassung seines damals regierenden Neffen Napoleon III. vom französischen Staat für 7100 Pfund erworben. Seitdem residiert ein französischer Konsul in Longwood House. Von Bedeutung war Sankt Helena zeitweise auch für das südafrikanische Volk der Zulu. Zwei Zulu-Könige wohnten vorübergehend auf der Insel, die Nutsulu-Kazet-Schweyo von 1887 bis 1896 und Gutwills-Feltini-Kap-Heku-Sulu 1968 bis 1971. Von 1900 bis 1902 war der Buren-General Piet Kronje mit 1000 seiner Soldaten auf der Insel interniert. Bevölkerung und Distrikte Sankt Helena hatte jure 3867 Einwohner. Die Insel gliedert sich in acht Distrikte, die jedoch keine Rechte als eigenständige Verwaltungseinheiten haben. Vor allem dienen die Distrikte als statistische Einheiten und bis 2013 auch als Wahlbezirke. Die vier Einwohner stärksten Wahlbezirke entsenden jeweils zwei Vertreter in den Inselrat, die übrigen vier jeweils einen Hauptartikel, Distrikte von Sankt Helena und Volkszählung in Sankt Helena Infrastruktur, Sankt Helena ist nur per Schiff erreichbar. Neben einigen Kreuzfahrtschiffen, die an der Insel anliegen, gibt es eine regelmäßige fünf Tage dauernde Verbindung von Kapstadt per Postschiff. Das Sankt Helena 17 Mal im Jahr anläuft. Schiffe der Sankt Helena Line Limited verkehren nach dem Vereinigten Königreich den Kanarischen Inseln Ascension und Südafrika. Zudem steht ein internationaler Flughafen vor der Fertigstellung. Er soll im Februar 2016 eröffnet werden. Der Flug von Johannesburg wird dann viereinhalb Stunden dauern. Das 250 Millionen Euro teure Gesamtprojekt wird vom britischen Ministerium für internationale Entwicklung finanziert. Am 15. September 2015 landete erstmals ein Flugzeug zu Testzwecken auf dem Flughafen. Im September 2015 wurde erstmals ein Mobilfunknetz auf der Insel in Betrieb genommen. Medien Auf Sankt Helena gibt erst zwei Hörfunksender sowie zwei Wochenzeitungen. Der Radiosender Saint FM, der 2005 gegründet wurde, stellte seinen Betrieb Ende 2012 ein. Nur wenig später gründete sich auf Wunsch viele Einwohner der freie Radiosender Saint FM Community Radio. Dieser ging erstmals am 11. März 2013 auf Sendung. SAMS Radio 1 ist seit 13. Februar 2013 auf Sendung. Der Sender gehört zum Medienunternehmens Out Atlantic Media Services. Mit dem The St. Helena Independent und dem The Sentinel erscheinen jeweils donnerstags zwei Wochenzeitungen auf der Insel. Siehe auch, Medien in Sankt. Ein 1967 gegründeter Kurzwellensender hat Anfang 2000 seinen Dienst eingestellt. Seit November 2006 wurde ein neuer Sender für den sogenannten RSD eingesetzt, der früher regelmäßig stattfand. Gesendet wurde seitdem einmal gegen Ende des Jahres mit einem 1-KW-Sender, der vom deutschen Funkamateur und Kurzwellenhörer Robert Kipp beschafft und installiert worden war. Der Termin für die Sendung im Jahr 2009 war der 14. November. Der KW-Sender wurde für die Zeit von 20 zu 1 Euro TC aktiviert. Die Sendungen wurden auf der Frequenz 11.092,5 Kilohertz in USB ausgestrahlt. Korrekte Empfangsberichte an den Leiter der Station Gary Walters wurden stets mit QSL-Karte bestätigt, wenn Rückporto beilag. Die für den neuen, der Präfix von Sankt Helena für den Amateurfunk ist ZD7, Wirtschaft. Finanziell ist die Insel vor allem auch auf die Unterstützung Großbritanniens angewiesen. Hauptindustriezweig ist der Fischfang und Verarbeitung. Der Tourismus soll mit Eröffnung des Flughafens einer der wichtigsten Wirtschaftszweige werden. Als weitere Wachstumssektoren wurden das Baugewerbe, Landwirtschaft, Handel, Immobilien und der Dienstleistungssektor ermittelt. Zu den bekanntes Exportprodukten der Insel Zed Café, der zu den teuersten der Welt gehört.